Hallo. Grüß und herzlich willkommen. Vielen Dank. 3. Phone 9. immer weiterspielen von mir Man sieht es noch, ich bin noch dabei im Stand. Und hier. Ich möchte kurz mal schauen. Und hier. So, wie gesagt, ich spüre die Bauern 2.18. Das ist die 2.75. Und ja, das ist die 2.75. Also, das ist die 3.75. Das ist die 3.75. Das ist die 3.75. Und hier. Ich bin noch mal auf der Seite. Und jetzt spüre ich noch auf der Seite. Und jetzt spüre ich noch auf der Seite. Und jetzt habe ich noch nicht zu vorhin. Sondern lege die Bauern 2. Die Bühne sind ja schon fast fertig. Die Bühne sind ja schon fast fertig. Die Bühne sind ja schon fast fertig. Und da sind ja schon fast fertig. Und jetzt können wir irgendwann gerne, Jetzt müssen sie in Ordnung machen. So. Man muss gerade ein bisschen lohn haben. Und machen die Kohle schon spülen. Jetzt müssen sie weiterbauen machen. Überall gehen, wie der Export wird. Jetzt können sie sagen. Hier oben noch vor Ort. Hier oben zum Beispiel Verkehrszeichen. Stromlasten, Elektrizierung. Weltwege, Ebennaden. Manche Luftdienststelle. Wecken. Wege. Hier oben noch. Hier oben noch einen alten Ordner. Hier oben hinein. Hier oben die Alpina. Sie sch nghipl balanceen, wo ihr alles kontiniert habt. Die Steinbach. Abwemmach, Umbaut. Dann habe ich hier auch die Gamsberg. Das kann euer eigenen. Ich habe natürlich noch 15at im Jahrzehlt mit Euerlkopow. So hat das Blut fast erst einmal zum Entwurf heran gehabt. so genau Also wo es Gleichbild ist, ist eigentlich da die Tankstelle, da hinten ist alte Silo, das hat ein paar Heiser reingekommen, einsatzlich von Südtiroler Bauer, das ist aus Terrain, die Deko, bloß noch um die Gebäude her, ist da die Vorstellung, die Deko, das ist eigentlich, da andere, das ist da andere Lantan, wo ich in der Stadt fahre, der Kamin muss ich anders bauen, den Rauch legt, da habe ich auch anders gebaut, da habe ich hier eine Sirene reingekommen, also da habe ich hier eine Sirene reingekommen, weil er aufgeklickt hat und dann gehts, wenn ich hier ein Heiser habe, hier kann ich wohl verkaufen, und hier Lantaner kann ich auch verkaufen, da ist ein Vierherd, der da, der wird da gespielt, mit Saum, und dann haben wir da auch so eine Art Metzger, mit der Renate, die Ortebuch, da ist der Rauchhof noch weg, das gehört weg, das ist ein Standard, da habe ich noch das andere, da war ein paar Heiser und dort, Tankstöcke, wo, wo das neue Händler käme, das Gebäude habe ich auch gefunden, da habe ich noch nicht, das passt eigentlich, da muss ich hier ein Projekt, das wird hier hergestellt, da habe ich noch eine Halle, die Maschitzer unterstützt, das ist eine Obdachung, da eine andere, da habe ich noch eine Reihe, die sind auch gleichgegeben, da habe ich noch eine Pfost auf, da habe ich noch eine Sägewerke, da kommen die Bretterpaletten aus, die kommen dann hier her, das ist automatisch, das passt alles, da, ähm, äh, erhaltlich, ne, äh, so die Tornbretterpaletten, die kommen dann hier her, da habe ich noch eine Schildere-Anzeige, da habe ich auch noch die Schildere, jetzt auch und hier, da habe ich noch eine Umzeige einbaut, dann würde ich noch nicht so voll k tenho, wenn du hier einbaut, dann gehe es besser, ja, da ist das nur los, das klingt dann auch noch Bich als Kling 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 demo sie verkauft alle so schau uns die dritte die ist durchschnittlich bei schau die ist los Das heißt noch fast E. Genau. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Style mache. Jetzt haben wir da noch. Na, das passt. So. Dann passt das so. Ähm. Du wirst schon mal rein. Den Stamm. Da mal. Da noch hoch senden. Die Unterlegern ein. So wie ein paar Sachen noch hin. Die Loser war drin. Das ist nicht wurscht. Gut. Dann haben wir das. Äh. Äh. Genau. Senkmal vor. Das ist jetzt eigentlich egal. Besser. Das könnte auch so viel sagen. Für mich da. Das ist AD1. Das heißt da. Das heißt da. Das ist AD1. Ja. Jetzt schauen wir mal was. Ja. 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 Kannst du da mal ummachen. Es geht so nachschauen. Ähm. Ich hab da die neue Beine an. Und ich hab da gedauert. Und das. Da ist eben was angesagt. Von Powerfile noch. So. Hier. Ist das bisschen voll das. So ein Fing. Da ist ein. Da ist es ja gleich viel. Dann geben wir mal eine andere. Da. Was heißt. Und tanscht. Da haben wir heute vielhinder. Da haben wir heute wieder Sancturk. Da ist auch die Vielhinder. hier sind hier sind ein haus so ist viel was ich habe eingepaht der träger ist kein scharfe jetzt eigentlich kann das ist groß groß ja das ein unterstand ein anderes wohnhaus hier 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 ist dort hier ist ein das ist ist das ist das ist das ist das ist das das ist das das ist das das ist das ist das ist das bau das ist das das ist das 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 ist das das ist das das ist das 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 die die andere Seite aber so her und hier haben wir den Schutter dort wird dort einer käme da kommt hier kann ich ja weg da seit dem Weg die Kuchen weglösen die Lüscher weg Das passt auch. Jetzt schwingen wir mal eben genau fast schräg. Ja, aber wir hatten so einen kleinen Beirat direkt. Die Kinder haben wir überstehen. Warte, wir haben jetzt nicht kurz oben. In Reutiner Steiermark. Schwingen wir ab Diesel, dass dieser wechselt. Zwar nicht viel, aber ich meine, dass dieser ist. Genau. Das passt auch noch. 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 So. Natürlich noch. Das ist ja gut. Aber weiter. Jetzt soll ich nicht mehr oben für den Kuhstall. Das ist nur vorne. Und das ist da. So. So. Ich habe die Mischung. So. die war nicht so aufmerksamkeit war wo man keinen Stress hat. Hier sieht man schon 5 Meter. Keine Haarenzeichen haben wir. Die Pizza ist aktiv. Die Schnellform werfen auf der Korkenliotik an der Schengleitung. Wir werden die Korkenliotik anbauen. Die Schnellform wird. Die Schnellform ist einfach. Die Schnellform werden wir nicht. Die Schnellform werden wir nicht. So, ich habe das auf, so, okay. So, ich habe das auf, so, okay. so ist es schon da aussehen Naja, das ist ein paar... Ich sag eben, die Beispiele muss ich erst machen. Ich sage, das ist ein paar... Ich sage, das ist ein paar... Das ist ein paar... Ich sage, das ist ein paar ... und und ich fahre hier rein mit dem Trigger Ja, das müsste man gern zahlen, jetzt gleich bis vor mir. Oder ist das in der Welt, die, nehmen wir es schien, vielleicht dessen, weil sie zu starken Computer haben. Tja, so. So, was sind es, geht es mir rein, geht ganz schnell. So, was sind es, geht es mir rein, geht es mir rein. Dann setze ich halt die Nummer 1. Dann habe ich wieder was da, wenn es vorhin nicht dabei so wird. Da weiß ich nicht, ich hatte immer vor. Dann. 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 Let's play, also ich würde ja Let's play auch noch abbekommen, dass er fertig ist. So als Testspül vielleicht folgt vielleicht, vielleicht nicht, keine Ahnung. Ich würde gerne an Let's Play machen. Er klopft also fünf bis zehn Minuten apart. Nachdem ich fliehe Apropos und wie euch die Porten folgt. Wird man nicht mit mir ist, weil es, wenn ich es dir in der Zeit eh immer hänge mit in Gampsburg. Gampsburg, alle, wenn ich nur noch einen Gang gefunden habe, weil es dort im Durchnamen nicht zum Ort gibt. Selbst weiß ich nicht. Das heißt, es wird vor allem Gampsburg waren. So. so und 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 Genau. Genau. Das ist glaube ich der ich habe den Ausput dringend, den ich jetzt gerade markiert habe. Ich glaube grün ist der Input, der hat der Ausput gebraucht. Ich weiß nicht, das war schon verbaut auf der Korre. Müsste ich schauen aber. Und jetzt sage ich das nicht. Er wird heute gerne mal schon ganz gerne aufzuzielle Maschine eingestellt. Und er hat durch ein bisschen umgebaut. Das war jetzt erst A und Übel in die Beute. Dann haben wir den Quartner Oberlohr und den Eute in die Beute. Ich hoffe das nur aus dem Hintergrund. Die Träger sind Edel. Wirfts A schon durch. Das war's. Das war's A. Ähm. Ja genau, die Plane war noch. Die Kraft Plane. Dann haben wir die Kinder auf hier. Oberwerfen. Genau. Da. Ja gut. Da. Ja. Da. Ich glaube. Dann hat die Fl Rams und Träger. Das ist gleich. Vielen Dank. 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 ... 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 es ist es ist es es Wie funktioniert das? Ich kann das, was ich hier habe. Das ist ein paar Bereiche. Das ist ein paar Bereiche. Wenn ich das auch noch nicht mehr finde. Wir sind auch schon hier. Das ist ein paar Bereiche. Ich habe das Begegnung. Jetzt muss ich das noch zeigen. So. Dann packen wir den Teigern weg. Aber ich brauche nicht mehr. So. Wahrscheinlich ist er so. Jetzt kriegt man die Zeigern weg. Noch ein Zeigern. Jetzt kann ich die Zeigern wegnehmen. So. Ich hoffe jetzt fahre ich noch mal aus der Ferne, in unsere Schwiege und drehe ich aus der Ordnung und dann nach dem Dörrwetten, am Röpfle, schönen Urlaub an der Stadt. So, jetzt halt die rechte. Das A, das A, das A für das Aertje. Jetzt sind wir endlich. Wenn ein Haus so nicht dran ist. Obwohl schon mal eine E-Mail-Tipp hier. Das ist leichter, denn. Was wollen wir für liebe Samet, vielleicht wenn wir ihn noch hassen? Also ich bin da offen, also ich bin nicht lauterin. Ja, naja, man kann nicht ausgehen. Ja, ich weiß auch, vielleicht werden wir morgen auf Hamburg fahren, von unserem Bild daheim. Mal schildern, deswegen, mal schauen, wie es sich ausgefällt. Ich bin jetzt hier bei einem, am Abend bis 3 Uhr, wenn ich fünf wieder hau, weil mein Zug, oder bis heute zwei Stunden, wenn sie Zug, fünf wieder hau, den wird immer, oder sechs. Mal schauen, wie fahren wir mit, ich halte ja nicht mal viel, wenn ich wieder. Ich habe ein Stück, wenn ich noch nehme. Wir gehen wir morgen in den 5, äh, 5, äh, 6 Uhr in den Stuhl. Ja, ich muss noch ein bisschen drauf ankommen. Aber ich glaube, es kann nicht mehr wohl nicht mehr ankommen. Na ja, sechs Jahre lang. Ja, jetzt holen wir ihn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.